heute was geht ab leute hong hier ihr seht keiner hat mehr frei heute aber dafür ein regenbogen richtig schlechtestes wetter für zaptos er kriegt nicht mal wetterbonus weil es teilweise bewölkt ist obwohl es so hart wegnet aber der regenbogen ist schon geil mann ihr seht es fängt jetzt schon leidend an aber egal schauen wir mal keine ahnung sind wir die einzigen gelben gibt es noch mehr geld hier gelb 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 so erstmal glück sei an dann schauen wir mal wie es mit dem ersten läuft die europa wird mir ausgewählt ich habe meine das wird dann noch nicht gepusht sechs gelbe ist eigentlich kein problem so los geht's genau da wo wir vor zwei wochen oder so hat das gemacht haben selber start ein bisschen anders sieht diesmal aus der regenbogen im hintergrund sieht echt geil aus letztes mal aktus erster war schlecht kein shiny hoffentlich haben wir diesmal mehr glück ich kann auch nicht einschätzen ob er stärker hat als aktus kann mich echt gar nicht mehr erinnern wie viele leute wir waren ich glaube auch sechs sieben gelbe und down jetzt mal schön abwischen hoffen lassen wir nicht rausgeflogen sind 1853 natürlich richtig schlecht so sieben sonderbonbons und eigentlich will ich gar nicht das so schön hier ist nicht mit 1853 so fangen wir den noch schnell meine leute schieben hier schon panik natürlich natürlich richtiger fern gegen nassen bildschirm was war das leute ja 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 Keine Gücksicht auf Verluste, scheiß auf den Regen, alles für die Show hier, für euch. Der erste muss drin bleiben, sonst ist das ein schlechtes Zeichen für die Tour. Was geht ab, Leute? Oh mein Gott! Die Jungs sind am Start! So hässlich! So, so! Hast du es? Ja, aber der ist schlecht. Okay, meine auch, aber ich habe ihn. Oh mein Gott, ich spüre, heute kommt das Browback. Jetzt musst du es einblenden. Muss ich es jetzt einblenden? Jetzt blende ich es ein. Jetzt blende ich es ein, ihr habt es gehört. Oh mein Gott, 100% für Alex. Zeig her. 19,02. Ey, ich bin echt am Leiden. Oh mein Gott, leider nicht. Ey, greif doch mal an oder fliegt der nur rum? Der greift auch an, pass auf. Ja. Oh mein Gott. Ich hab Zeit, Mann, ich hab Zeit. Drei Bände, habe ich fest? Letzter Ball. Wie das Sonne hat er geflohen ist, Mann. Ist der Interlag der Tag. Hast du einen Shiny? Nicht, Mann. Sonst wär er ja dünn geblieben. Stimmt, Shiny hat 100% Punk-Chance. 100% Punk-Chance? Ja, wenn du Shiny hast, dann wird man einfach gelbe, Dirk. Ach, sieht man das gleich beim... Ja, dann kommt die Funken. Ja, dann Glitzer hat es eine andere Farbe. Ah, krass. Ich würde es hier mal mit. Kommst du noch was oder... Digga, wenn du es eilig hast, fahr einfach los. So, gefangen. Fuck, da geht's. So hässlich. Oh mein Gott. Ihr habt gerade einen Spruch verpasst, den muss ich nochmal wiederholen. Oh mein Gott. Ihr habt gefragt, ob wir den zu dritt schaffen. Dann hab ich gesagt, das hängt von ihm ab. Er ist das schwächste Glied. Oh mein Gott, Mann. Er hat einfach Recht, Mann. Ich bin's nicht mehr, Mann. Oh mein Gott. Ich bin aufgestiegen, Mann. Ich bin nicht mehr der ewige Praktikant. Oh mein Gott, der war richtig hart, Mann. Geht's rein, du hast nicht mehr so viel Zeit. Ich bin schon, ich bin schon. Ich bin schon dritt. Oh mein Gott, ich hab meinen Geo-Wart nicht gehalten. Oh mein Gott, ich mach einfach die Straße zu. Ja, einer von euch beiden muss fahren, aber... Ich hab alle gefangen. Ja, okay. Wir haben ein Handicap. Und zwar... Ich wusste nicht, dass wir mit dem Auto fahren. Ich bin auf Reserve. Oh mein Gott. Ich wusste es nicht, Mann. Sag es halt vorher, weißt du? Es regnet. Hat sich losgefangen und hat so nicht geregnet. Ich hab extra auch deswegen wegen Schirm gefahren. Weil ich dachte, wir gehen auch zu Fuß heute. Und in der Gruppe war ja so geplant, alle Arenen sind zu Fuß gut erreichbar. Sind sie auch. Also wir können jetzt auch... Also falls er keinen Tank mehr hat, wir können auch zu Fuß gehen. Kein Problem. Okay. Alles klar. Ich hab einen Schirm dabei. Oh mein Gott. So ein Wichser. So ein Wichser. Also ich werde nicht nass. Komm. Komm mal ganz still. So. Zwölf Bälle. Schau mal mal. Da ist kein Hunderter. Mach kein Auge, Mann. Das ist ein 98er. Bin ich mir nicht sicher. Oh mein Gott. Ich glaube 96. Du warst auch schon gut das eigentlich. Du warst mein bester Berge, ja. Vielleicht gönn ich dir, ja. Mein Gott. Ich weiß nicht. Wo geht's nicht hin. Wo geht's nicht hin. Okay. Ich glaub der fliegt mir. Ich hab ein sehr sehr ruhig ausgefühlt. Zu klein, äh zu groß der Gefahr ist. Okay, er ist noch da kurz. Ja. Haben die heute wieder Level 20, oder? Ja. Kein Wetterbonus. Trotz wegen. Uh, da ist er. Genau. Das ist ein Hunderter der Elite. Nein, das ist kein Hunderter, Mann. Oh Gott. Du kannst den Hunderter schon haben. Dann hättest du direkt ein Dislike bekommen. KP und Attack 15. 93 hat der. Also 18, 93. Dann ist der, ich glaub 96. Ich glaub auch, ja. Du musst schon sowas haben. Ja. Von legendären schon. Und vor allem wenn Ange 15 ist. So. Wir haben grad die Gruppe leider verpasst. Die hatten eine verrückte Theorie, dass sie, wenn sie eine Pratergruppe machen, die scheine die Chance erhöhen. Stimmt das? Natürlich nicht. Aber jetzt müssen wir, oh. Ja okay, jetzt hat sich See erledigt. Ne Petra ist noch mit dabei. Oh mein Gott. Ich hab das alles kaputt gemacht. Ich hätte jetzt alles bewiesen, Mann. Ja. So Leute. Es ist soweit. Wir müssen den jetzt zu dritt machen. Weil Alex tanken musste. Schlecht vorbereitet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wusste es nicht, Mann. Okay. Egal, geht rein. Geht rein. Es ist soweit. Er wusste schon, aber. Hetzert. Oh mein Gott. Scheiß noch. Ich muss labern lassen. Mein Gott, meine Gilbert sind tot. Oh mein Gott. Hast du Leber? Ja. Ja. Alles cool. Alles cool. Wir haben nicht so viel Zeit irgendwie. Achso. Schaff mal locker. Bibi ist zuversichtlich. Locker. Sag nochmal locker. Sag nochmal locker. Sag nochmal locker und sag wie viele GearWatts du dann hast. Oh mein Gott. Das ist so. Locker flock ich mit einem GearWatts. Egal. 100% Despoter. 100% Drauguran. Die tun es schon. Die tun es schon. Die tun es schon. Hier nehmen wir das GearWatts noch mit. Das passt schon. Lapras, Drauguran, Drauguran. Die haben noch Kleinstein mit. Oh mein Gott. Kleidstein echt hier. Besser als nichts. 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 Ich glaube nicht. Ich glaube wir kommen zum letzten. Ich glaube Dimi stirbt. Oh mein Gott. Aber wir müssen es überleben. Ja Dimi stirbt glaube ich auch. Ich bin zuversichtlich. Okay wir sind realistisch. Aber. Oh mein Gott mach mal aus. Was ist das? Das ist mein Ding Mann. Mein Bluetooth Scheiß. Achso. Ich dachte schon Musik mit Copyright und so. Ja normal. Du bist vorsichtig. Aber normal sollte man den auch zu zweit schaffen. Ich denke eigentlich Alex und ich schaffen den auch alleine. Dimi ist noch ein Backup hier. Oh mein Gott. Dieses Vertrauen machte mir. Gibt es schon zu zweit? Der ist ja auf Stufe 4 runtergestuft worden. Echt? Ja das ist kein Fünfer. Achso. Ja. Okay der hat doch gerade Entwil abgezogen. Ich gebe ihm einen guten Anfall. Gute Anfall. Gute Anfall. Gute Anfall. Oh mein Gott. Seine Steinpokos sind schon tot man. Wieso? Es war nur ein Despoter. Gekehr. Ja aber. Sieht gut aus. Kein Stress hier. Oh mein Gott. Jetzt kurz legen die Energierwards. Sieht gerade echt gut aus. Da ist der Elegant. Stimmt gell. Wir haben auch keine 300 Sekunden. Ja ja. 180 Sekunden. Aber egal. Wir sind gute Fünfer. Freunde Leute. Bonus. Schadensbonus. Super. Ach das auch noch? Ja ja. Ah krass. Erste Stufe 3% mehr. Oh ich will nichts falsches sagen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr. Schaden. Das ist ja geil. Und mehr Bälle. Mehr Primärbälle. Letzte Stufe da kriegst du 4 Bälle man. Das ist echt übertrieben krass. Das ist echt krass ja. Das ist der Unterschied zwischen 100er fangen und 100er nicht fangen. Ist halt echt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der wusste selber. Oh mein Gott. Okay ich komm glaube ich echt bis zum letzten. Ja easy. Kein Problem. Schau wir haben noch. Oh mein Gott ich bin beim letzten Pokémon. Ja knapp ein Viertel der Zeit. Ja. Oh mein Gott. Was hab ich jetzt. Was hab ich hier. Orkan habe ich. Hyperstrahl. Oh mein Gott. Hyperstrahl. Ich krieg mal Step man. Tod. Die Winnie wird von dem Rot angelockt. Okay. Erstmal weg vom Auto. Das fahr. Ja. Bisschen chaotisch. Aber. Ich hab alle gefangen. Bei mir läuft's. Noch kein Shiny. Ein 96er haben wir gefangen. Den werden wir wahrscheinlich auch auf Max pushen. Hier haben wir jetzt auch die letzten 5er gehen. Danach haben Alex und Dimi keine Pässe mehr. Also Alex hat jetzt schon keinen. Alex ersetzt hier grad Tati. So ein Goku ANL. Ja aber ansonsten läuft's ganz gut. Zwei X-Rade Aränen nehmen wir jetzt noch mit. Vielleicht kriegt Dimi seinen ersten X-Rade. Und. Was gibt's sonst noch zu sagen. Dimi hat nicht enttäuscht. Wir haben den vorhin zu dritt geschafft. Also alles okay. Na gut ja. Hast du schon einen guten gefangen? Ich leider nicht. Oh. Ich leider nicht. Ja 5 Chancen haben wir noch. 5 schon richtig. Hast du schon einen Shiny? 2 schon. Sie hat immer Glück also. Okay das ist heftig. Bei uns im Auto noch kein Shiny. Auch gut. Sprich. Oh. Das heißt aber auch, dass Alex keine Chance mehr auf den 100er hat. Alex wenn du das siehst. Tut mir leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du? Ich hab gesagt Alex hat keine Chance auf den 100er. Achso. Achso jetzt hat er. Stimmt ja. Schade. Und falls ihr euch fragt wo Alex grad ist. Weil. Hier ist er ja offensichtlich nicht. Keine Angst er spucht nicht. Er ist noch auf der anderen Seite vom Haus. Er ist irgendwie noch da rangekommen. Mit seinem. Spoofer GPS. Hast du ja auch gar nicht mit? Hast du ja gar nicht mit? Hast du ja gar nicht mit? Hast du ja gar nicht. Wir haben uns entschlossen den Raidchen noch mitzunehmen. Der letzte. Dimi hat sogar jetzt Gold ausgegeben für einen Pass. In der Hoffnung. Wir haben noch keinen Shiny. Ich hab noch wenigstens einen guten. 96. Ich bin zufrieden. Aber einen Shiny wäre schon nicht schlecht. Dimi und meine Kollegin da vorne weder guten noch ein Shiny. Aber Dimi weder guten noch ein Shiny. Deswegen hier die letzte Chance. Ich hab immer noch 100% Fanggarte. Nicht Fangchance. Ich hab echt bisher jeden gefangen. Muss man kurz schauen wie viele das sind. 3, 6, 9, 12, 14. Das wäre Nummer 15. Mal schauen ob ich den bekomme. Zum Abschluss ein Shiny. Wäre gar nicht schlecht. Der hat 100% Fangchance diesmal. Aber egal. Dimi hat noch eine Frage für euch Leute. Oh mein Gott. Stell die Frage. Sie muss sie überhaupt antworten. Nicht ich. Ja, ja. Aber du solltest sie erst mal stellen. Ja. Du wolltest ja vorher wissen, was ich noch zu Ende bin. Was ist denn der Subkontinent, den wir als einzigen haben? Er kommt vom Subkontinent. Ich komm von einem Subkontinent. Schreibt es unten in die Kommentare, falls ihr den Subkontinent bekannt habt. Natürlich ohne Google. Es ist soweit Leute. Unser letzter Zapdos. Die Leiden sind groß. Die Leiden sind groß. Vor allem bei dem Kollegen hier. Ich zeig mal lieber nicht drauf. Oh mein Gott. Ja. So. Ich hoffe ihr seht was. Gib ihn mir. 19.02. Shiny. 1860. 18.03. Was ist das? 96. Der ist solide. Und Shiny würde jetzt sichtbar sein, oder? Schauen wir aber noch, ob Dimi sein. 96. Da hat es sich ja fast gelohnt, falls er ihn bekommt. Großartig. Großartig ist nicht genug, Mann. Du brauchst Exzellent. Oder? 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 Oh mein Gott, Mann. Das ist... Du drehst zu lange. Ja, ich dreh echt zu lange. Oh mein Gott. Er hat nochmal angegriffen. Mein Gott. Letzter Ball. Das war wie gescheit. Bis er angegriffen hat erst. Soll ich werfen für dich? Soll er werfen? Ja, wirf du. Komm. Oh mein Gott. Das ist der letzte Ball. Ja. Du musst ja nicht fabelhaft treffen, aber... Ich hab ihn übrigens gefangen. 100% Fangchance. Mach wenigstens irgend so großartig. Wenn ich jetzt den verkacke. Wieso 100% Fangchance? Ich hab alle bisher gefangen, also 100%. Ach so, jetzt meinst du. Ja, ja. Film lieber mich anstatt... Das sieht man eh nicht. Vor allem ist ein unbekanntes Handy. Also ich hab getroffen, aber nicht fabelhaft. Ah, schade. Ja, gut. Habt ihr noch ein Fazit zum Tag? Zapdos ist scheiße. Ja, ist nur schade, dass das 96er geflohen ist. Aber... Tag war lustig. Wir waren mal wieder alle zusammen. Tati hat halt noch gefehlt. Aber echt? Nur Tati? Sonst keiner? Sonst keiner? Sonst keiner. Ich hoffe erst beim nächsten Mal dabei. Dann sind wir wieder komplett da eigentlich. Dann ist TBT Reunion angesagt. Schaut euch auf den alten Channel vorbei. Schaut euch die alten Videos an. Die sind super witzig. Ich sag nur TBT ist tot, aber... Wir machen jetzt 100 Friends. Das reicht schon. Die Friends sind endlich da. Okay. Und ja, schaut unten in den Kommentaren. Wie es bei euch so lief. Wie flappt ihr gemacht? Was ist euer Bestes? 100er Shiny natürlich. Wieder am Start bei ein paar. Habe ich jetzt schon gesehen. Glückwunsch an alle. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neue Shop, neue Preise lohnt sich auf jeden Fall. Vorbei zu schauen. Vergesst nicht. Pokémon is serious business.